Hallo miteinander, hier ist X2019 Es geht weiter mit dem Let's Play Minecraft Minecraft, mine whatever Ich glaube das wird noch so richtig zu einem Running Gag Ich bin immer noch angeschlagen von diesem Portal Also das ist das letzte Mal, wo ich mich gezockt habe All die, die jetzt noch aufgeladen worden sind Das sind die Episoden, plus die, wo also 38 und 39 ist auch schon länger seither Ähm Ich weiss gar nicht was ich heute machen soll Das brauche ich jetzt nicht Ich tu mich mal einfach bereit machen für irgendetwas Axt Ah komm, ich nehme die mit Aber 2 lasse ich da Ich kann mich immer da brauchen Cobbled stones, nah Coal, nah Ein Diamond Pike Eggs Juhuhu Ähm So Kessel nehme ich mal mit Kessel kann man immer brauchen Vielleicht finde ich auch Kristallwasser Wäre auch mal geil, he? Gut Ich bräuchte aber noch ein wenig Pickel Übrigens ich habe heute wieder mal den ersten Tag gearbeitet Ähm Ja Seit so 3 Monaten Ich bin absichtlich arbeitslos gewesen Ich habe einfach keine Bewerbungen geschrieben Ähm Es war toll Ich habe es wirklich genossen Kann ich nur jedem empfehlen Ich habe jetzt wieder etwas Ich bin zufrieden damit Und Ja Es hat einfach Spass gemacht Und Anstrengend ist natürlich Licht gewesen Yes Mehr Pilz Mehr Pilz Es läuft Aber ich brauche eigentlich nur von denen Weil von den anderen habe ich noch 58 Oh Das habe ich nicht wollen Die nehme ich jetzt wieder mit Und setze noch diesen her Weil eben Wie gesagt Ich brauche diese Hier habe ich noch 58 Minuten Ich brauche jetzt als erstes etwas zu essen Ähm Hm Irgendwie kann man Apfel holen Kann mir das jemand verraten wie das geht Weil ich weiss es immer noch nicht Ich habe das mal irgendwo gesehen Da ist das Portal Uh Es lag gerade Da ist das andere Aber das reisse ich jetzt wieder ab beim Fall Ich sage es euch Weil ich hatte eine geile Idee Wirklich eine geile Idee Ähm 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 Hört mal auf mit dem Ähm Okay sorry Ich wollte sagen dass ich eine geile Idee hatte mit dem Und zwar mache ich das offscreen Ich möchte euch das nicht verraten Ich zeige es euch dann einfach Und Am liebsten würde ich das Das goldige auch wieder abreissen Und mit dem das gleiche machen aber auf eine andere Art und Weise Ja geheimnisvoll bin ich da Ich weiss Aber äh Ihr werdet das dann schon noch gesehen Glaubt mir Allerdings Nicht jetzt Gut ähm Ähm Schon wieder ähm Ähm Egal Essen Moment Moment ich muss überlegen Ich weiss Ich weiss es muss ich essen Ich habe Angst, dass hier irgendwo noch ein Zombie kommt und mich rasch töten, das wäre überhaupt nicht lässig, ja, ich gehöre ihn schon, egal, ich glaube nicht, ich habe nämlich alles ausgeleuchtet, es sollte eigentlich keine neue Spaner laufen, natürlich laufen es sind ja die Zombies, die hirnlos herumlaufen, ah, nachher weiterruhen, ja, ich weiss, das hat sie sogar, ich brauche den Moment nicht, und ich brauche, wir sind doch schonmal da gewesen, ihr wisst es genauso wie ich, ja, da kommt es, egal, komm heim, ich nehme die Pilz mit, aber nicht alle, weil vielleicht, vielleicht muss ich, äh, soll ich alle nehmen, ich habe ja Pilzzucht, ich nehme alle, ich habe eine Pilzzucht, ich habe eine Pilzzucht, allerdings habe ich gemerkt, ich mache noch eine zweite für die roten, oder, oder ich vergrössere das ist einfach immens krass, was ist da los, ah ja, genau, so sieht übrigens, da ist ja meine Bau, ich habe das Kelette gehört, da ist meine Baustelle gewesen, also wenn ich da jetzt wieder durchgekommen, kann ich gleich wieder meine Stegen, und ich hätte dann irgendwie so müssen da unten, oh, nein, Gott, Entschuldigung, so ein Widersacher, so ein elender, elendiger Widersacher, und mein Wägel ist natürlich auch da unten, ich würde jetzt grauenhaft fluchen, wenn ich da durfte, aber ich möchte das unter 18 machen, darum fluche ich nicht, nein, wirklich nicht, Moment, ich muss erst die Aufnahme beenden und rumfluchen, nein, ist gut, ah je, auf jeden Fall, irgendwo da wären wir dann rauskommen, ich glaube sogar da, und da habe ich dann eben ohne, ja, ja, da habe ich mich ohne durchbauen, jetzt, ah, das ist eigentlich, schau, ah, herrlich, ich rede noch, und will euch erklären, wie es gewesen ist, ähm, da seht ihr es, so, so ist es gewesen, so habe ich es gemacht, ja, ich sammle dann schon alles auf, und dann zeige ich euch das, wenn es doch schon so schön parat ist, äh, so, so sieht das jetzt aus, mhm, ähm, so ein Seich-Elen, die sind wieder irgendwo rumgeplanschen, freudige Viechli, so, ist das schon wieder gewesen, hm, das haben wir ausgebaut, so, das sind meine Öfen, jetzt haben wir die Rückwand der Öfen, auch herrlich, gut, habe ich wieder alles, nein, jetzt muss ich wieder alles sortieren, aber das mache ich im Baum hausten, jetzt fette ich zuerst mal runter, angekommen, ich brauche eben ein wenig Anlauf, sonst reicht es mir in der Mitte nicht mehr, die kennen das ja selber auch, würde ich sagen, wo ist mein Schwert, ne, kein Schwert ausgerüstet, huah, der Schwertkämpfer kommt rauf, äh, so, biwi, aussteigen ohne es kaputt machen kann man nicht, äh, jetzt muss ich es wieder rausnehmen, Und jetzt ist da natürlich Nacht und so Ah, Ich hab's gewusst und trotzdem verschicke, ich kann gerade wieder sagen die Wiese ist sicher auf mein Dach poppen. Und genau ist sie dort drauf. Ah genau, da ist das Adder. Das Adder-Zeugs. Herrlich. Gut, das Essen brauche ich nicht mehr. Was brauche ich? Ordnung. Ich brauche Ordnung. Unbedingt. Crap. So. Crapity Crap, geh mal weg. Crapity Crap. Bäh. Muss meine... Ah, da ist sie auch. So, eben, wie gesagt, ich bin amix beneibel mit der Ordnung und amix nicht. Also, gewöhnt euch daran. Könnt sie überspringen, wenn sie mit den Fisch anscheisst. Gut. Meine Superschalen habe ich da zwei, allerdings. Ich habe die restlichen noch hier oben. Ich brauche... Ah, ich muss sowieso auch gut eins holen. Brute Pilze. So, Spidey. Bist du sicher wieder oben dran? Ich weiss es doch. Ja, ha, 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 ha. Auf dem Turm oben, haben sie gesehen. Gemütliches, gemütliches Ding. Da habe ich auch wieder essen. Ah, du bist ein Lässige. Hä? Du bist doch ein Lässige. Ging runter. Mein Haus. So. Gut. Ähm, 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 die sind da. Eben 58 habe ich von denen. Und dann noch eine zu viel dabei. Das geht ja mal gar nicht. Brauche ich die Schäle noch. Miem, 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 ja. Ja, 7 Pilzes. Macht das eigentlich einen Unterschied, ob man es so oder so tut? Nein. Gut, gut, gut. Ähm, miem. Die können jetzt auch wieder da oben abpflanzen. Das mache ich aber nicht, weil es lohnt sich dann mehr. Ich habe dann mehr Platz, äh, ja, zum da jetzt wachsen lassen. Also ich habe mehr dann gratis. Und ich habe wieder überall Knochen und so Zeuge verteilt. Das hasse ich auch in die Piste. Aber im Moment kann ich nichts tun. Ich brauche das auch mal offscreen auf, weil ich will euch nicht mit dem Scheiss belasten, den ich da rumschieben bin jetzt. Aber, ganz ehrlich, ich würde von euch gerne wissen, was ich jetzt noch machen soll. Weil das Haus müsste theoretisch fertig sein. Aber ich scheisse das. Ich kriege grauhaft an wegen dem Fehler. Das mache ich auch lieber offscreen, weil ich rege mich nur wieder auf. Oh, ich habe geflucht. Entschuldigung. Ich rege mich nur wieder auf und muss ja nicht sein. Ist das ein anderer Stamm jetzt oben? Ah, habe ich da mal einen Baum draufpflanzt? Wisst ihr das noch? I don't know. Egal. Ähm. Ich könnte eigentlich gleich mit dem Portal-Zug anfangen. Das reizt mich im Moment am meisten. Das soll es aber zuerst ein bisschen tagiger werden. Ja. Ja. Zombies verbranet. Zombies verbranet. Burn, burn, burn. Burn. Nein, 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 nein. Nicht beim Braunen. Nicht beim Portal. Nein, nein, nein. Alles voll mit dem... Ja, ich weiss, es war jetzt recht ein Fail. Aber ich wollte nicht runterfallen. Und so ist der Fail passiert. Nicht so wie der. Komm, hau drei. Ja, hast du schon gewusst, dass da noch mal einen hat? Hau drei, es ist ein Glatzen da. Ich habe gerade so Angst vor Creepers. Der andere ist gerade dort unten gestorben, oder was? Ah, nein. Das gibt ihn noch. Also komm. Epic Battle. Dü-dum. 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 Ah! Ja, ja. Es ist so klar gewesen, als ich kenne. Wisset ihr, es ist so klar. Für das brauche ich Cobblestones. Für diese Idee. Und das really, really viel. Und dann gehe ich rasch offscreen. Ich muss das rasch zählen. Ich möchte einfach, dass es dann schlussendlich auch stimmt. Musst du natürlich auch wieder zerst ein bisschen umprobieren. Aber ich mache es jetzt lieber grösser. als zu klein. Was ist es echt? Was macht den Exitus da? Ja. Ja. Hm. Er will es euch nicht sagen. Nein. Ihr seht es dann. So. Also, lasst mich kurz erzählen. Kommen wir gleich wieder. Peace.